So und ich glaube ich habe wohl etwas nicht dämliches gemacht. Ne, hier komme ich wieder hoch. Alles klar. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 4-3-3-3-3-3-3-3. So, wo müssen wir denn weiter? Ich glaube hier hinten. Übers Dach, oder? Hehehe, er hat hinten gesagt. Hihi. Hehehe. Hihi. Oder müssen wir da hin? Äh, nein. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt hier drüber, weil ich es kann. Was steht los? Wir müssen hier hin. Wir müssen hier runter. Ich bin gleich bei dir. Oh, ich mache einen Hechtsprung. Oder auch nicht. Ich trinke noch einen Schluck. Friesix Dinoscope, Mann. Ich komme darauf nicht klar, Junge. Wow, wow, hier bricht irgendwas zu haben. Schickes Polizeiauto. Schicker Bus. Da liegt doch ein Seelenband. Was hat es denn mit diesen Trichtern auf sich? Hier, Seelenband. Sie muss kurz davor sein zu gebären. Alter, wir müssen der alten sowas von die Treppe, der alten sowas von die Treppe runterschmeißen. Hehehe. Alter, wir schubsen sie sowas von die Treppe runter, Junge. Unsere eigene Mutter. Wie kannst du nur? Ist mir scheißegal. Abtreibung ist Abtreibung. Was geht denn jetzt ab? Hier öffnen sich Rüsse. Wenn es um Abtreibung geht, musst auch einfach mal die eigene Mutter herhalten. Oh, ich bin gestorben. Willst du mich verarschen? Lol. Ich glaube aber, wir sind hinter der Tür jetzt. Wir müssen nur noch ein Stück laufen. Alter, du bist doch... Wir können ja mal über was reden. Nein, ja, wir sind hinterm... Du kannst mir mal die... Sind wir doch. Ein bisschen letten. Sind wir doch, Mann. Wir können ja mal über ein Thema reden. Was hältst du davon? Hier ist das Seelenband. Wir haben doch vorhin hier über diesen Typen gesprochen. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein, oder? Snowden. Snowden. Edward Snowden. Hast du was gesehen? Was? Mega. Ja, was ist mit dem... Aber ich glaube, das ist einfach das falsche Spiel. Das hier sehe ich. Wir können Tech-It gerne darüber reden. Nee, Tech-It ist auch das falsche Spiel. Wir haben ja immer noch falsche Spiele. Wow! Warum ist Tech-It das falsche Spiel? Gronkh erwähnt auch so viele Themen... Ja, aber das darfst du wieder nicht Gronkh einbeziehen, Mann. Das geht doch nicht. Wir können ja am ETA-Mod drüber reden. Aber ETA wird es ja nicht mehr spielen. Nee, nee, nee. Wow! Ja, weil wir da alles gemacht haben. Nein, haben wir noch nicht. Wir brauchen noch Brote und... Nein! Ah! Ist der tot? Nein. Ich habe da eben auch so ein bisschen rumgebackt. Scheiße. Ich möchte eigentlich nur mal über Edward Snowden reden, wenn wir hier so rennen. Weil das passt eigentlich gut. Wir verfolgen hier auch unsere eigene Mutter, wollen eine Abtreibung machen. Ja, passt perfekt zu Snowden. Ja, die USA will im Prinzip bei Snow momentan auch eine Abtreibung machen. Zwar etwas verspätet, aber naja. Es ist im Prinzip dasselbe. Du bist auch im Prinzip dasselbe. Mann, was geht denn hier ab? Alles fällt in sich zusammen. Oh mein Gott. Was sind denn das für Risse hier? Jetzt gehen nicht wieder zu weit. Das ist so sinnbildlich für das Öffnen der Gebärmutter. Ich weiß, dass es auf dich raufgehört. Ist mir egal. Du musst dir vorstellen, das ist eine Vagina. Nein. Nie im Leben. Nie im Leben. Oh Gott. Oh Gott, nein. Unsere Mutter hat ganz viele Vaginas, deswegen. Ja, die hat zehn Stück. Ja. Du musst ja auch zehn gleichzeitig reinkriegen. Weiß Bescheid, ne? Ja, ja. Und zehn Kinder gleichzeitig. Wir waren jung und brauchten das. Mann, was geht denn hier so ein Feuer auf? Oh, guck mal, da greift er uns nicht dran. Nö, jetzt nicht mehr. Ich glaub, der mag uns. Du weißt Bescheid hier, ne? Wir waren jung und brauchten das Geld wasch da los, Mann. Verpiss dich. Mann, komm einfach mit. Kein Booker. Verschöckchen. Ja. Wie war das schon mit Jan Hendrik beim Julien's Block Battle? Was geht denn jetzt hier ab? Täglich 20 Klox für einen Euro blown. Yeah, ich bin der Player Boy. Und so weiter und so fort. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kennst das aber noch. Wow, wuuu. Na komm, jetzt hab ich keine Munition mehr. Äh. Ich kann nicht schießen. Hat der grad mich genommen oder? Ja, hat er. Ne, ich glaub, der hat uns beide genommen, oder? Keine Ahnung. Wir können aber nicht überlaufen. Hallo. Ich bin, ich bin eigentlich vor dir, oder? Hallo. Ja, ich seh dich. Guck mal, wer der sieht. Hey. Bist du ein kleines Mädchen? Oh, weiß. Oh, guck mal. Hey, bist du ein kleines Mädchen? Nein, du bist Partikel. Ah ja, dann. Ich glaub, das ist unsere Mutter. Früher. Wenn dir, wenn dir die Mädchen von heute anschaust, ne? Alle magersüchtig fallen schon in Staub zusammen, Mann. Ach, immer dasselbe. Leite phasing ein. Und jegliche Rücksicht. Ja, versuchts doch. Versuchts doch. Nimm den. Kommt mir ein paar Schrotflinten-Munition in den Schlund. Arsch. Er ist doch gleich tot. Ich bin tot. Echt jetzt? Ja. Ich versuch mal. Gib mir Deckung wenigstens. Ich krieg immer noch Schaden. Dann versuch ich ja. Ist aber schwierig, weil ich keine Munition mehr hab. Ich muss mir hier ein paar Leute kennen. Warte mal. Okay, hier kriegt man wieder ordentlich. Was ist das denn geiles? Lett mir die Eier. Weißt du, was ich hab? Ich hab ne Lasergun, Mann. Ich auch. LOL. Aber ich glaub, jetzt erwartet uns, was was schlimm ist. Ich hab so richtiges Scheißgefühl gerade, Alter. Da hinten sind noch mehr. Hier auch, ne? Ne, aber nicht von denen. Das sind Waffen. Da hinten, in der anderen Dinge. Oh ja. Oh scheiße, was geht jetzt ab? Wo ist der hin? Da. Ich fühl mich wie so ein Zahnarzt gerade. Ja. Ganz genau so fühlen sich Zahnärzte bestimmt. Hier ist so. Man muss ja hier nicht weg. Hier oben. Ah, okay. Ich treffe ihn. Ist er kaputt? Ne, noch nicht ganz. Der wird ordentlich was aushalten, schätze ich mal. Wow. Ah, Quatsch. Der kriegt auch die Fresse. Ist er tot? Ist er tot? Nein, ich bin tot. Weiß es nicht. Ich sehe nichts. Scheiße, ich bin auch tot. Was? Du bist tot? Nein, ich hab keinen Körper mehr. Ich hab keinen Körper mehr. Ja, revive mich. Kann ich nicht. Der ist im Weg. Wie oft denn noch? Nein, hier hinten bin ich doch. Ich weiß. Ich schieße einfach mal auf den Typen, Mann. Ja, toll. Jetzt ist er oben. Ja. Toll. Dankeschön. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Toll. Ich hab dich nicht. Ne, lol. Okay, Kontrappunkt. Doll. Auf der XD. Und jetzt stell dich nicht in irgendeine Ecke, dass du nicht mehr weg kannst wie eben. Ach, war ich doch gar nicht. Ich bin einfach nur geschoben. Ach, genau. Ganz regulär. So, Waffe habe ich noch. Achso, wir starten jetzt hier. Ich bleibe jetzt einfach auf der Seite hier, weil hier sind noch mehr von diesen Lasergans. Aber was ist das für ein Typ, Junge? Was ist da los? Tut, tut, tut. Ich müsste mal hier irgendwie in eine Ecke. Wo er mich nicht treffen kann, möglichst. Ach, der ist schon da? Ja, ich bin schon wieder tot, Mann. Was ist da los? Was macht der Typ? Ja, wir sind wieder tot. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Doch. Doch. Alter. Ich habe keinen Typen mehr. Hau rauf. Hau, halt. Ja, mach ich ja. Kannst du den Roboter nicht übernehmen? Alter, ich bin schon wieder down, Mann. Was ist das für ein Typ? Kann er nichts dagegen machen, Alter. Ja, aber ich kann ihm Schaden zufügen noch. Naja, so gut. Ja, ich bin wieder tot. Ah, wir müssen uns auch in den Taktik überlegen. Du musst mal ein bisschen mehr laufen. Ja. Und nicht immer... Ja, oder Deckung bleiben oder so. Nein, das bringt ja nichts. Der kommt ja trotzdem zu uns hin. Sag mal, ist das jetzt ein Roboter von der Regierung? Dann ist das immer dasselbe. Immer diese Regierung. Der kommt aus Amerika. Genau. Das ist von der NSA bestellt. Weil ich vorhin die Seite von Dings geliked habe. Das wird sein. Scheiße, Mann. Wir haben ihn doch gleich. Ja. Also jetzt kann ich ihn treffen. Weil jetzt ist er auf dich fixiert. Wenn du ein bisschen rennst, kann ich ihn gut treffen. Ja, jetzt musst du ihn treffen. Wo ist er? Ich habe Schockgranate. Rauf da, rauf da, rauf da. Ich habe auch noch eine. Komm hier. Der Werf. Oder war das keine? Okay, meine Munition ist... Warte. Er brennt, er brennt. Rauf da. Ich muss da eben nur die Munition hören. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, warte. Ich komme nicht. Kein Körper. Ich habe keinen Körper. Ich habe keinen Körper. Halt doch einfach... Er ist kaputt. Oh, cool. Oh, ne doch nicht. Halt rauf. Halt doch rauf da. Schockgranate. Ich habe keinen Körper mehr. Und hält mir mal eben schnell hoch. Bevor du gleich... Hallo, hallo. Hilf mir doch mal eben. Hinter dir. Junge, bevor du gleich auch tot bist. Du bist so schlau, alter. Ich... Anstatt mir hochzuhelten. Nein. Ich brauche erst mal eine Schockgranate. Aua. Aua, aua, aua. Helfen können. Warte. Ich bin gleich wieder da. Bin gleich bei dir. Ich bin gleich tot. Wie viel hast du noch? Dann bist du auch tot. Ein Viertel. Schaffe ich. Schaffst du nicht. Schaffe ich. Bin sofort da. Kein Stück. Bin ich. Komm her. Ah. Schaffst du nicht. Ah, Alter, der ist gestorben. Oh mein Gott. Ah. Ist mir sowieso geil, weil ich schrei gerade alles kaputt irgendwie. Das ist gerade richtig peinlich, Alter. Das ist gerade richtig peinlich. Bin ich peinlich. Doch. Mann, wir brauchen eine Taktik, Junge. Das war eine Taktik. Du hättest mich einfach reweifen können. Nee, nee, nee. Komm hier gleich Schockgranate drauf. Jetzt machen wir das nur mit Schockgranaten. Was ist da los? Ich höre es mir, oder? Hier, der oben ist er. Weißt du? Nein. Ja, was ist da los? Ich bin tot. Und ich habe da einen Schockgranaten geholfen. Zwei Stück, Junge. Was ist da? Ah. Was ist da? Ah. Ja, schieß mich. Hey, to the, 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 wieder weg. Nein, 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 nein. Wir sind, wir sind da, wir sind da, wir sind da. War das eine Schockgranate? Komm schon. Lauf doch. Lauf doch einfach. Hallo. Hey, hier bin ich. Ich bin unter dir. Ah. Hey, du Penis. Ich schieße ihn mal ab. Ich kann gerade, ich kann gerade dir nicht helfen. Er ist gerade frei. Er steht genau vor mir. Ja, ich wache. Ich schieße ihn vors Knie. Wo ist denn hier ein Typ? Ich schieße ihn ans Knie. Ich glaube aber, das bringt nichts. Hallo, kann ich den Körper mal übernehmen? Danke. Wie viel hast du noch? Bringt das was? Äh. Wie viel hast du noch? Äh. Ein Achtel. Nein, ich bin gleich tot. Jetzt. Ja, irgendwie, du stehst da und er schießt. Und jetzt lauf mal weiter weg, Galt. Er schießt dich an. Und dann, ich habe eine Schockgranate geworfen, aber das bringt ja nichts. Lauf einfach weg. Die Schockgranaten sind die runden Dinge, ne? Lauf einfach weg. Nein. Die Schockgranaten sind die vier, ich bin sozusagen. Die runden, naja, also. Nein. Diese ovalen. Scheiße. Die sehen aus wie ein Gefäß. Ja. Wie ein Glas. Jein. Wie eine normale Granate halt. Nein. Auch nicht. Lauf, lauf. Jetzt haben wir sie doch. Nein, doch nicht. Ich lauf ja, ich lauf ja, ich komm hier nicht weg. Weg hier. Komm hier. Halt doch auf jetzt. Nein, halt drauf. Der ist doch gleich. Der ist gleich. Sagst du. Der ist gleich. Du musst hier halt drauf halten. Ich hab keinen Körper mehr. Ja, ich muss jetzt hier weg. Musst du. Lauf einfach. Nicht rauf halten. Lauf. Na, jetzt kann ich rauf halten. Jetzt trifft er mich gerade nicht. Jetzt ist er down. Ja. Ja, er ist down. Gut. Boah, was für eine Geburt. Jetzt fresse ich ihr. Ich hab ne Lasergang. So. Nein. Töt ihn nicht. Töt ihn nicht. Wen denn? Wen denn? Den Typen. Ich brauch seinen Körper. Warte, wenn wir mal die Uzi hier haben. Ja. Dual Uzi. Jetzt komm weiter. Ja, ich bin da. Sind noch Dingens? Hebe ich mir die Lasergang auf? Oder ja, ne? Wer weiß, wo es noch kommt. Okay, dann weiter. Jetzt mal folgen, Ende schnell. Ja, gut. Können wir machen. Gut, Leute. Dann sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wir sind am Leben. Jo, jo, jo.